Gehen Sie bitte zur Wahl am 18. April und nutzen Sie im Vorfeld alternativ die Briefwahlmöglichkeit. Auch wenn die Bürgermeisterwahl in Sandhausen im ersten Wahlgang eventuell nicht ausgeht, sprich keiner der Kandidierenden über 50 Prozent der Stimmen erhält, fällt an diesem Tag definitiv die Vorentscheidung. Wer am 18. April nicht vorne mit dabei ist, hat danach keine Chance mehr. Daher bitte ich Sie um Ihre Stimme und um Ihr Vertrauen. Ihr Hans-Jürgen Moos